Hallo Fanny! Lange nicht gesehen! Wo warst du? Ich war im Urlaub. Sonne, Meer, Palmen, Strand. Es war traumhaft! Oh super! Schön! Aber weißt du was? Als ich aus dem Urlaub zurück war, habe ich ein verschimmeltes Toastbrot gefunden. Das war wirklich eklig! Überall schimmelige Lebensmittel! Warum entsteht Schimmel? Alle Lebensmittel können schimmeln, egal was es ist. Zum Beispiel Käse oder Joghurt oder Brot. Diese Lebensmittel schimmeln, weil es Schimmelpilzsporen gibt. Wir haben von der Universität Köln Mikroskopaufnahmen von Schimmelpilzsporen bekommen. Schaut mal! Diese Sporen sind so winzig klein, dass man sie mit bloßem Auge nicht sehen kann. Deshalb braucht man ein Mikroskop, um sie sichtbar zu machen. Aber was sind Sporen eigentlich? Schimmelpilzsporen sind die Samen der Schimmelpilze. Mit ihren Sporen vermehren sich die Schimmelpilze. Die Sporen der Schimmelpilze sind das gleiche wie die Samen von Pflanzen. Hier haben wir zum Beispiel eine Wicke. Schaut mal, das sind ihre Samen. Mit den Samen vermehrt sich die Wicke. Die Wicke lässt ihre Samen auf die Erde fallen und daraus kann eine neue Pflanze entstehen. Und wie vermehrt sich ein Schimmelpilz? Die Sporen der Schimmelpilze sind überall in der Luft, egal ob in einer Wohnung oder draußen. Die Sporen sind so klein, dass man sie nicht sehen kann. Aber wir haben einen Trick, um sie größer und sichtbar zu machen. Aber wie kommen die Sporen in die Luft? Wenn sich die Luft über dem Schimmelpilz bewegt, nimmt die Luft die Sporen des Pilzes mit sich. Die Sporen sind schwerer als Luft und deshalb sinken sie nach einiger Zeit nach unten. Wenn die Schimmelpilze nach unten sinken, dann landen sie zum Beispiel auf einem Brot. Wenn man das Brot sofort isst, dann schaden uns die Sporen nicht. Wenn wir das Brot mit den Sporen nicht essen, sondern wieder in die Tüte packen und es längere Zeit liegen lassen, dann vermehren sich die Sporen sehr stark. Daraus entsteht der Schimmelpilz, den wir dann sogar sehen können. Die Sporen vermehren sich und bilden den Schimmelpilz. Aber woher kommt er? Schimmelpilzsporen lieben es, wenn es warm und feucht ist. In jedem Lebensmittel ist Wasser drin. Verschiedene Lebensmittel enthalten unterschiedlich viel Wasser. In einem Joghurt zum Beispiel ist viel Wasser. In einem Stück Käse oder einem Stück Brot ist weniger Wasser. Wenn die Lebensmittel dann noch warm gelagert werden, vermehren sich die Schimmelpilzsporen schnell. Aus ihnen entsteht der Schimmelpilz. Die Sporen auf dem Brot vermehren sich durch Wärme und Feuchtigkeit. Wie das geht, zeigen wir euch mit einem Trick. Im Brot bildet sich aus den Sporen ein Geflecht. Das kann man nicht sehen. Wir machen es mit einem Trick sichtbar. Diese Fäden heißen Mycel und sind die Wurzel des Schimmelpilzes. Und aus diesem unsichtbaren Geflecht wächst dann der Schimmelpilz, den wir sehen können. Schaut mal! Wenn Lebensmittel schimmelig sind, sollte man sie auf keinen Fall essen. Auch wenn man nur ganz wenig Schimmel sieht. Das kann gefährlich sein und man kann krank werden. Waleri, was isst du denn da? Das ist Blauschimmelkäse. Der ist doch nicht gesund, spinnst du? Nein! Das ist ein besonderer Schimmel. Der wird extra für diesen Käse gemacht. Der andere Schimmel, der ist giftig. Den hier kann man essen. Das ist gut zu wissen. Also, ihr wisst jetzt Bescheid. Tschüss! Bis zum nächsten Mal! Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020